Book Planet, die interaktive Online-Buchmesse des Künstlernetzwerks Künstlerplanet. Powered by Radio Planet Berlin. Hallo Radio Planet Berlin, mein Name ist Birgit Fein und ich veröffentliche seit 2018 unter dem Pseudonym Sagenrot Roadtrips durch Raum und Zeit für Jugendliche und Erwachsene. Erinnerst du dich noch an deine erste Geschichte, mit der alles begann, dass du Bücher schreiben wolltest? Erzähle darüber und deine Anfänge. Ich erinnere mich noch sehr gut daran, wie alles anfing. Ich habe mich im Herbst 2014 das erste Mal hingesetzt und mit meinem ersten Buch angefangen. Das aber bis 2017 wieder fast vergessen. Eigentlich habe ich es einem verknacksten Fuchs zu verdanken, dass ich mich daran erinnert und es dann auch beendet habe. Damals hatte ich noch nicht geahnt, dass drei weitere Bändel dieser Serie folgen würden Woher nimmst du heute deine Ideen? Ideen kommen bei mir überall her. Ob aus der Musik, dem Alltag, den Nachrichten oder selbst Erlebten oder nicht selten von irgendwoher. Sie sind einfach da und ich schreibe sie dann auf. Was ist dein Antrieb in deinen Geschichten? Willst du Botschaften übermitteln oder einfach unterhalten? Mein Antrieb ist es in erster Linie zu unterhalten und die Leser auf eine Abenteuerreise mitzunehmen, aber auch etwas mitzugeben, gute Momente oder Denkanstöße. Welcher Protagonist aus deinen Büchern ist dein persönlicher Liebling? Ich mag alle meine Protagonisten und Protagonistinnen, vielleicht aber doch meinen Namensgeber Zitz Sagenroth am liebsten, weil mit ihm alles anfing und weil ich mit ihm durch die damals gewählte Ich-Perspektive wohl am engsten zusammengewachsen bin. Wie ist der Titel deines aktuellen Buches und worum geht es? Mein aktuellstes bereits erschienenes Buch ist Monsieur Lucille und die Suche nach dem Glück. Es ist eine skurrile und heitere Zeitreise von Paris 1900 bis Woodstock 69 für Erwachsene Leser. Und ich muss sagen, dass dieser Exkurs ins Humoristische und Fantastische viel Spaß gemacht hat. Wo kann man es kaufen? Man kann es überall im Online-Buchhandel erwerben. Das E-Book gibt es exklusiv bei Amazon. An was schreibst oder arbeitest du gerade? Aktuell schreibe ich an einem Katzenkrimi. Gehe also mal wieder neue Wege. Möchtest du noch jemanden grüßen oder vielleicht sogar danken? Ich grüße alle, die mich und meine Bücher kennen oder kennenlernen wollen und bedanke mich herzlich bei Radio Planet für diese Gelegenheit, mich vorstellen zu dürfen. Tschüss und vielleicht auch ein Wiederlesen. Book Planet. Die interaktive Online-Buchmesse des Künstlernetzwerks Künstlerplanet. Powered by Radio Planet Berlin.